I don't want to live in a world where everything that I say, everything I do, everyone I talk to, every expression of creativity or love or friendship is recorded. Datenschutz ist Menschenrecht. Der gesamte Sommer hat uns bewegt durch Snowden, der große Skandal, dass Amerika, die NSA uns alle ausspioniert. Daher findet alljährlich am Vorabend des Nationalfeiertages am 25. Oktober ab 20 Uhr im Rabenhof die Big Brother Awards statt.